ja hallo und herzlich willkommen hier bei arma 3 altis live schön dass ihr dabei seid wir hatten hier einen überfall also zumindest auf smoky snake erblutet am bein polizei ist auf dem weg und ich hoffe dass sanitäter mitkommen und wir halten hier noch ein bisschen die wache weil wir waren gerade personen dabei ist auch wieder der vogel hallo und der smoky snake aber der kann ja leider nicht sprechen er liegt am boden zum glück hat er das nachtsichtgerät darunter da ist der mund nicht ganz auf dem beton ich werde jetzt mal die waffe weg stecken und uns mal hinkauern ich höre die polizei auch schon wenn du aussteigst denk dran waffe weg kommt jemand die frage schiff daher du kannst dir auch in den rucksack machen indem du in deinen inventar gehst und ihn zum rucksack schiebst inventar genau und dann schiebst du die waffe ok ok musst du auch was am rucksack kann jeder dran nur jetzt wird die polizei hier ist es besser jetzt habe ich bist du draus herr und schifft hat das auch die kommt ok mit alles klar die sanitäter halt durch zum okie snake halt durch die sanitäter kommen halt durch hier vorne hier vorne ist der sanitäter guten tag hier war ein überfall ich hoffe die polizei ist auch im weg kann ich ihnen nicht sagen ich habe sie zumindest gerufen ich hoffe sie kriegen ihn wieder hin ja das ist ein problem ich habe gleich ein bisschen popo trinkflasche hier hallo da ist er geht es dir gut jetzt sind gut smoky wo sind deine sachen alle haben wir die alles weg genug das ist ein schönes Luftgewehr ja die zwei haben wir nicht die zwei wo hier rumgrenzen platz an ich glaube der ist nur ein bisschen unter schock oder glaube ich auch er redet nicht smoky wir haben uns ja auch die bose geglaubt auf alle ausgeraubt ihr seid ja im partner look gut dass die presse dabei ist zumindest kann er sich bewegen aber ruckartig ja irgendwie so als wäre er in einer parallelwelt ich denke in der matrix fest der matrix der matrix gut ah da ist er da ist er hallo jetzt da ist er wieder hallo geht es dir gut die matrix hat ihn gefreit ist schön dass du wieder rausgesprungen bist hast du viel verloren naja laufen kann er schon mal auf der stelle ich hab das nicht ganz automatisch aus hi 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 alles in Ordnung ne ich hab mich auch mit ihm gewirkt bitte nix ist in Ordnung aber das kläre ich gerade schon mit dem support dankeschön aber für die rettung natürlich kein Problem ja noch viel erfolg was ist ein support ich glaube er hat halos vielleicht meint er das bürgeramt ah ok die haben doch zu aber vielen dank stellen sie sich mal lieber wieder frei damit sie dabei der schießerei helfen können einen moment noch bitte auf die schießerei da können wir auch gar nicht helfen ja aber gut eine kleine eine kleine spende dankeschön wir haben zu danken schönen tag noch ihn auch tschüss hat immer 50.000 ja die haben die haben wir sonst kaum verdienstmöglichkeiten nimm dann was er noch äh smoky aber sind sie jetzt im geklaut ist das geld weg oder ja ich denke er redet im anderen TS das denke ich auch ähm ja dann packen wir ach ne wir haben ja wir haben nur Autos wo drei Leute reinpacken ach ne ich hab ein PKW da können wir mit dem gleich weiterfahren ja dann bringen wir den gleich weg hier ähm steht da halt blöd auf der Straße jetzt ne ja ja und darfst nicht drüber fahren als er tot ne ich pack schnell das Auto ein und dann hole ich schon mal den PKW ich warte kurz auf dich und dann park ich den auch schnell ja du kannst hier durch die Hecke fahren ich wollte nur nicht über ihn fahren hier siehst du mich hier genau ich bin äh ich weiß gar nicht ob ich das ein ob ich den einparken kann doch kann ich ist aber nicht weg es befindet sich kein Fahrzeug in ihrer Nähe ah Mist muss er selber machen ähm ja der kommt nicht raus weil weil der jetzt im Weg steht hier egal ich sag ihm das mal eben Achtung 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 kannst du eben dein Fahrzeug einparken wo ist in der Garage hier wo der andere steht ja genau ok gucken wir ob du einparken kannst deins ja Moment ja ja das ist der Aussteiger steigt jetzt sticht die Waffen in der Hand ja Mr. Smokey können sie eben äh ihr Fahrzeug einparken ich hab mal jetzt einparken können ja ich denke er muss es selber einparken aber der hört mich nicht kriegts nur auf aber nicht äh wollen ah ok Fahrzeug Mr. Smokey können sie bitte ihr Fahrzeug schnell einparken weil der kann ja gleich mit den Reden wenn er im Auto sitzen kannst gleich mit den Reden wenn wir im Auto sitzen wenn ich fahre dann und raus geht's noch also ich kann schießen da trainiert schwule ich bringe sie rein das hallo ist glaube ich noch ex glaube ich wirklich von allein zu nehmen wenn ich zu machen aber ich dachte wir einsteigen das ist halt hier ein apex fahrzeug wenn du mal einen siehst der hilfe braucht ich weiß nicht ob du das apex version hast aber ich habe dann will der dass er gefahren wird eben dann bringt sie das zur garage für ihn und dann kann er es verkaufen da ist halt blöd aber das gute ist die müssen es nicht kaufen um es zu spielen bei 50 leute auf dem server was auch hier aber wo ist er jetzt hin links um die ecke steht er ja da läuft er liegt sicher ich würde haben wir es jetzt sonst lohnt sich schon gar nicht mehr zum links zu fahren ich kann mir vorstellen dass nach dem neuen neuen server restart ja das angebot mag war doch schnell hin kauf bei schlüssel von dem teil fahr ich zurück das wird ja dann automatisch gesetzt das ist nicht so kaufen okay wir fahren jetzt noch ein paar hosen ja dann lass ich dich am markt raus ok treff uns dann wieder markt naja dann ist wahrscheinlich der server restart können wir dann sehen ja ok alles klar du willst jetzt mit oder nicht wir wollen zum lkw händler noch zu meiner nähe ich muss den neustadt macht das leck zu krass ein dann treffen uns gleich woran ich jetzt gestorben bin weiß er auch nicht habt ihr irgendwas zu essen und trinken oder betenfalls die zwei ich hab nix gesammelt da war nur wasser noch nur wasser nur wasser lag da noch da waren zwei tipp tippe bei dir und der leichte der jahre weg geschickt aber ich weiß nicht was er genommen haben und sie war schieße ich durfte ja nicht hier ja hier ist gebar hat ja auch darf man nicht der leere muss rollenspiel machen und das ist gleiche da jetzt hat er gemacht aber es ist ja nicht was schon da hatte wir waren ja erst später da ja gut der ganzen spitzhack ist weg das geld war weg mein gewehr ist weg mein gewehr ist weg das sturmgewehr ist einfach mal weg ne ja das ist kacke allein schon an dem hat sich dann gesehen weißt wenn man da auch so sturmgewehr gehabt hätte das ist ja klar das ist weg und er sagte supporter das kann ja nicht weg sein naja ich so doch das ist halt weg er sagt aber der pistole ist doch noch da da müsste die pistole auch weg sein ist ja die ist ja noch da ja gewähr ist halt weg konnte sich nicht erklären geld war weg aber das geld habe ich jetzt wieder gekriegt von supporter naja gehen wir hin wichtig das heißt das sein kann du hast vorhin schon gesagt dass du hunger und durst hast vielleicht bist du verdurstet ja aber das hatte war ja noch genug weiß ich nicht guck mal ich war kurz vor der garage auf einmal sterb ich da ohne dass da irgendwie was ne da stand da nicht so viel verhungert verdurstet nichts gar nichts einfach tot aber es stand auch nicht wer dich getötet hat und daher kann alles sein dass es wirklich verdurstet hunderte ihn halt auch den supporter hat auch gesagt hat jetzt ein ticket gestellt damit er mal reingucken kann in den loks wieso weshalb aber das war zu schnell aber hast du das flugzeug gesehen haben wir ja ja das ist der blackbird ach gut den hat er vorhin nicht gehabt mehr wahre Achtung links gelbe links Achtung das waren Rebellen schnell weg hier er sagte auch warum rennst du denn mit so viel geld rum sagst du ich wollte das gerade weg bringen ja zur garage LKW abstellen und dann Geld wegbringen ach so ja ich hoffe das ist jetzt hier schon geräumt war vor uns ja eine Unfallstelle war schon mal her ja was passiert wenn ich V drück steigst gleich aus wenn du eine Doppel V drückst aber alt F4 solltest du auch nicht machen jetzt das Programm weg ja richtig Alter wir sind beide tot scheiße ich dachte was liegt denn da noch habt ihr euer Geld eingezahlt ja ja ich hab schon einen Rettungssanitäter gerufen musst du auch nochmal machen damit wir wissen dass es zwei sind oben oben Requestmatic Requestmatic wie wo oben in der Ecke ah ja ok 0 Dollar wo sind wir ganze Dollars ja liegen auf der Straße Bank oder ok nein auf der Straße noch wenn jetzt einer kommt dann aber geht ist auf deine Bank eingezeigt ja das meiste ja da kommt einer ne die Klamotten hast du eigentlich noch ja scheiße das ist zu spät dieses Geld weg kann man das sagen nein hallo hier spricht dein Gewissen hören Sie auf hallo ja das passt ungefähr Respawn der nimmt was scheiße der hat bei mir was genug der hat bei mir auch im Hauptsache hat mir die Waffe bestimmt wie heißt der Fahne ich sehe es nicht wie er heißt ich weiß nicht ob wir abgeschlossen hatten sonst das Auto gleich weg ne ne die Kaya gell Leider ja oh scheiße hat er eine Granate gewiffen geworfen ja da kommt noch einer ich höre noch keine Sirenen scheiße jetzt sind unsere Waffen weg wir haben die gerade erst geholt nein die Waffen sind bestimmt nicht weg denk ich nicht repariert der gerade mein Auto ist das ist aber nett von ihm man klaut das naja ja das kostet ja nicht die Welt nein das kostet 30.000 das Portokasse hallo hallo und man kann nur zugucken vorgewählte Sicht hast du ich sehe von oben aufs Auto ich sehe das die Füße steht vom Rucksack Sirene aber seid ihr denn ungefähr gestorben Flughafen Höhe Flughafen da ist die Baustelle da kommen Sirenen da sie hauen ab cool wir sind bestimmt leer ja leer sind wir aber alter Glatzkopf hat man ja gemerkt der wixer ich mach den weg du darfst keine Rache verüben ist egal du weißt ja 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 vier Minuten noch schafft er aber trotzdem blöd guck mal ganz locker hier wir klauen das Auto jetzt direkt der der wach ist ich denke mal Vogel du bist der Erste direkt sagen unser Auto da kommt Polizei jetzt sind sie weg oder nein der ist immer noch da er hat Waffe gezogen scheiße weil die Sanitäter die müssen neutral sein da mach die sag was hey weg 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 schießt tot her darf ich da schießen? nein erst ein Rollenspiel machen soll weg gehen oder so wow 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 geh weg bitte unser Auto und so unser Auto unser Auto was du auch machst ne mach mal den Schraub mal weg ja bitte ja da geht zu mir ja das macht er ja mal was langsam oder lässt er mich sterben ja er kann nichts machen er kann nichts machen warum er kann nichts machen warum warum sticht dann die Leiche ran warum sich der andere Typ noch da der so abhauen ruf ruf sonst die Polizei über Z Z dann? steht Notruf da unten einmal unten ist dieser Hörer oder was das ist so ne Wolke glaube ich und dann steht der Notruf unten rot ok was sag ich dann? du musst nur schreiben du schreibst ja nur Überfall oder versuchter Raub oder was weiß ich und dann die Koordinaten schnell durchgeben Überfall 136 ich hab bei mir 84 254 stehen aber es kann auch 160 ok und bei mir kann er nix machen scheiße ich hab dir noch kein Schlüssel übergeben Polizei ist unterwegs aber warum haut der wieder ab der Sanitäter ich mach nix machen Mensch das ist wieder mal von mir auf mich wie soll ich sterbe wilde mach Rollenspiel und dann schieß ich ihn sonst was macht der denn er schießt durch mich er schießt zurück dann darfst du schießen na gut ich arsch auch platt geil und du auch oder's? ja ja jetzt kommt der andere wieder ja wieder anrufen ich hab auch nochmal gerufen was ist denn hier los? ich seh ich überhaupt nix hab ich aber Andrik heute angefangen mit 084 2 äh 52 ja die hab ich auch die ganze Zeit ich weiß nicht ob das ist weil wir vielleicht äh eigentlich nicht mehr da sind weil eigentlich müsstest du die richtigen gesehen haben jetzt hat der irgendwas mitgenommen da war ein Koffer ja und ich werde ihn eigentlich nicht 55 Sekunden tot sein tot? ja sobald ich dann äh okay die Zeit kann ich respawn machen okay weil der haut ab Sanität ja in der Nähe yes ich lass noch ich warte nochmal da kommt ein Hubschrauber also wenns grün ist kann ich drauf drücken oder was? äh wenns weiß ist kannst du drauf drücken ja okay hab ich gemacht landet schon wieder irgendwas ich weiß es nicht wenn jetzt Polizei kommt sage ich da hat mich so bedroht halt auch auf mich geschossen ne? wenn du richtig stirbst darfst du nicht weißt du nix mehr okay dann hast du ja ich glaub ich wurde beschossen aber ich kann mich nicht mehr so dran erinnern mein Gedächtnis ne du weißt dann gar nichts mehr du hast neues Leben nur wenn du jetzt wieder überlebt wirst dann ja ich weiß das ganz genau in einem früheren Leben ich weiß nicht jetzt ist die Zeit rum aber ich weiß nicht ob die mich jetzt man könnte sagen du kannst halten bis der Helse ich weiß nicht was da kommt für ein Hubschrauber da kommt schon wieder ein LK ein PKW ein Heli landet hier ja du kannst nur ein Resport ich will aber nicht ich will wach werden wieder ich will hier wach werden eine Täter daneben da oben ja Auto geklaut ja ne steht noch hier das Problem ist ja Vogel noch nicht den Schlüssel gegeben sonst könnte er ja damit ja fahren wobei wenn wir gleich sowieso 8 Uhr ist dann ist ja sowieso alles weg wichtig ist es nicht geklaut haben und verkauft haben ja aber er hat es vor gehabt sonst hätte er es ja nicht repariert ja natürlich und Sirene ging ja auch los der wollte es knacken ja einfach um sie ärgern mich da fährt einer durch warum bin ich denn nicht drum herum gefahren ich dachte da liegen nur paar Säcke oder so was ich von den Rebellen gelernt habe so ein bisschen bis jetzt schon ist dass viele Leute ihre Waffen in den Autos halt lassen und deswegen klar manche in die Autos um rein zu gucken dann ja mit ah ok wenn es nämlich zugeschlossen war das Auto da hat das Unfall gehabt ne ja in der Regel ich weiß es gar nicht eigentlich habe ich zugeschlossen ich weiß nicht mehr ja doch die Türen sind ja zu klar war zu deswegen musst du es ja erstmal reparieren damit das dann knacken kann ja ja um dann halt rein zu schauen ne aber so ein Dietrich oder was die da brauchen das ist ganz schön toll das war's für heute wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen da und äh ja wir sehen uns morgen wieder ich hoffe dass wir dass es uns dann besser geht tschüss hab ich voll Kohle von mir gell nach Sack